Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Der ehemalige WeLoveMMA-Fighter und aktiver UFC-Kämpfer Nazrat Hakparas bekommt seine Top-10-Chance in der UFC. Alle Infos dazu gibt es in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder einen Follower bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ja Leute, Nazrat Hakparas bekommt tatsächlich sein Ticket. Er kann sein Ticket in die Top-10 einlösen, wenn er gegen die aktuelle Nummer 8 Dan Hooker gewinnt. Nazrat Hakparas wird nämlich bei UFC 266, dem nächsten UFC-Paperview, gegen Dan Hooker antreten. Das Ganze ist ein wirklich super guter Kracher. Also Dan Hooker, die Nummer 8. Wir dürfen nicht vergessen, was der für eine Schlacht. Also wirklich eine Schlacht gegen Dustin Poirier abgeliefert hat. Einer der Kämpfe des Jahres 2020. Super guter Fight. Nazrat Hakparas auf der anderen Seite hat jetzt zwei Siege in Folge. Seien in seinen letzten beiden Siegen wirklich gut aus. Konnte gegen Hafer Gassir und Alex Munoz gewinnen und startete seine Karriere in Deutschland bei einigen Wheel of MMA Events. Also 2014 hat er bei Wheel of MMA gekämpft, 2015 auch zweimal, 2016 hat er hier gekämpft und 2017 ging es für ihn dann in die UFC. Seit vier Jahren ist Nazrat Hakparas nun schon in der UFC. Ist nach wie vor einer der Top-Shooting-Stars aus Europa. Also viele sagen, dass man ihn auf dem Schirm haben muss und das ist definitiv auch so. Er zeigt in seinen Kämpfen immer eine tolle Präzision, tolle Schnelligkeit auf den Fäusten und auch viel Power. Er ist ein intelligenter Kämpfer und ich denke, dass Dan Hooker hier natürlich eine sehr, sehr harte Probe für ihn sein wird. Dan Hooker ist kampferprobt. Der hat schon gegen die Besten gekämpft. Der hat gegen Edson Barbosa gekämpft, Eliar Quinter, gegen Dustin Poirier, Michael Chandler. Michael Chandler war danach hier sogar der Titelcontender gegen Charles Oliveira. Also je nachdem, welche Form von Dan Hooker wir sehen werden, kann der Kampf ganz unterschiedlich ausgehen. Ich sehe Dan Hooker schon als Elite-Fighter. Ich denke auch, dass Dan Hooker diesen Kampf gewinnen kann. Persönlich wünsche ich mir einen Sieg von Nazrat und persönlich denke ich auch, dass Nazrat das Ganze machen wird. Dan Hooker hat in letzter Zeit, ja, es ist schwer. Dan Hooker hat gegen Dustin Poirier super schön performt. Er hat den Kampf verloren, aber er hat fast den Fight of the Year abgeliefert. Beide fünf Runden Vollgas und bei so einer geilen Performance, ja, dann kann man auch mal verlieren. Aber gegen Chandler sah Hooker gar nicht gut aus. Er sah aus, als ob er gar nicht in diesem Oktagon stehen wollte. Dan Hooker wirkte sehr lustlos und dann kam plötzlich auch dieser wuchtige Knockout von Michael Chandler. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr spannender Fight wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Kampf in der ersten Runde beendet wird und genau deshalb ist es so spannend. Den Fight seht ihr höchstwahrscheinlich auf den Prelims, also Topology hat diesen Fight in die Prelims eingeordnet. Und dann würde ich sagen, bin ich auf eure Meinung gespannt. Haut eure Prognose unten rein. Dann folgt mich wieder auf MMA auf Instagram und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.